Zauers, da ist Zara, heute mal extra cringy und das ist Ländle und Ende. Und wir starten ganz pompös ins Wochenende mit der Glitzer, Glitter und Glamour Party im Pashanga in Bregenz. Cocktails und bunte Partydrinks mit Schuss kann man dort ab 19 Uhr schlürfen. Wer weniger auf Glitzer, Glitzer steht, kann sich beim Be Crooked im Konradsaum auf einen Rave mit seinen Kollegen treffen und bis in die Morgenstunde gemeinsam festen. In Vellkirch gibt es von Freitag bis Sonntag hochprozentiger Traubensaft auf der Vinobile Weinmesse im Montforthaus. In Vellkirch ab 14 Uhr geht es dort am Samstag los. Ebenfalls am Samstag können sich alle Deepish Mode Fans freuen, denn das Warte hat der End. Die Deepish Mode and More Party startet ab 21 Uhr im Spielbode in Dornbirn. Und der schöne Tag der Arbeit beschert vielen am Montag einen freien Tag. Deshalb kam am Sonntag im Rauchclub beim Liquid Drop nochmal zum Drum and Bass Zauersalon. Wer mehr Bock hat auf die Festzeltatmosphäre, haut sich am besten ab 19 Uhr aufs Meininger Maibaumfest auf dem Bauhof in Meiningen und gönnt sich das ein oder andere Bierle. Wer keine Lust hat, heim zu gehen, kann einfach hocken bleiben, denn ab 9.30 Uhr geht dort am Montagmorgen das Frühschoppen weiter. Euch allen ein wunderschönes Wochenende und vielleicht sieht man sich ja. Bis zum nächsten Mal.